hallo meine freunde heute wollen wir mal ein bisschen wüffermilch holen so wie machen wir das jetzt am blödsten wir haben hier so ein hilfsmäßiges gefängnis gebaut für den drachen und da versuchen wir jetzt mal ein weibchen reinzulocken damit wir die milch kriegen für die wüffer so jetzt gucken wir mal ob wir hier welche haben mal gucken dass wir hier ein weibchen finden 85 sind heftig nur durch zwei möglichkeiten wir können das viech einfach killen oder hier ist ein level 50er drache der welt schön müssen wir die nur einzeln hierher kriegen dann könnte man die schon weg locken nicht wundern ich bin da oben und wir hoffen dass er jetzt natürlich hier rein geht jetzt müsst ihr euren pt oder was auch immer ihr habt weg stellen weil die kann nämlich dadurch noch schießen so und das viech liegt habt ihr sehen wie das geht ganz entspannt ganz cool ihr braucht natürlich nicht so eine hardcore flinte wie ich jetzt habe ich glaube ich 700 prozent und ihr seid noch relativ anfang mit was weiß ich kleinen waffen länger so der schläft jetzt hat allerdings bleibt auch nicht ewig bewusstlos deswegen geht ihr dahin geht rein und klaut ihm die milch raus so habe ich ihm die milch geklaut bevor das jetzt wieder aufsteht er ist natürlich ratsam zwei milch können wir killen das vieh was uns natürlich ein haufen sachen bringt oder wir lassen es liegen und hauen ab was aber nicht so positiv ist jetzt gehen wir dahin machen das viech noch platt so einfach kann es sein einen drachen einzusperren zu betäuben ich habe es jetzt mit so einem behilfs kleinen ausguck hier oben falls ich dann rauskommen hätte ich hier oben raus gekommen und das war's ich kann es euch noch mal zeigen kurz mit reinfliegen so entschuldigt freunde und zwar geht es darum kommt hierher ihr fliegt dadurch falls jetzt nicht da rauskommt gleich könnt ihr natürlich hier so habe ich das gemacht zack da oben raus wenn es funktioniert meistens 570 bin soll aber ja so und der drache darf nicht raus deswegen habe ich noch eine kleine behilfslücke gelassen ja ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen helfen wie ihr wühvernmilch etwas entspannter findet noch entspannter sammeln könnt hoffe es hat euch gefallen ja lasst mir gerne einen daumen nach oben da würde mich freuen gerne in der neue seite auch ein abo hoffen wir sehen uns bald wieder also bis zum nächsten mal freunde macht's gut und viel spaß in args